Heyo Leute, willkommen zurück bei XCOM Anime Unknown und ähm... 50% sagt der Herr voraus. Das ist echt nicht viel, vor allem... was blöd ist... Der lässt vielleicht ein bisschen schaden, aber der nicht mehr. Ah, daneben geschossen! So... Kannst vielleicht hier oben was reißen, mal gucken. Hey, ich weiß nicht, wie ich hochfinde, oder? Ja, jetzt werdet ihr noch mal aktiv. 38%, 42%, 42% los! Verdammt! So, die zieht sich bestimmt zurück, wie ich gerne. Treten den Rückzug an! Feldposten? Pfff... Nicht schlecht! Toll! Aufsiedem könnten wir mal versuchen, einen von den drei mal wenigstens zu töten. Mir geht's gut! Oh, zum Glück hatte ich meine Deckung weggeknallt. Der ist aber richtig offen. Schwerer beschafft in diesem Bereich! Ach! Und wo gehst du hin? Hier hinter! Sie positionieren sich neu! Sie positionieren sich neu! Ach! Nein! Echt! Leute, habt ihr es gehört? Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber... Sie positionieren sich neu! Es kann sein, dass ihr es mitbekommen habt, aber... Kann auch sein nicht! So... Ich würde dich gerne hier... Sag bloß, das ist ein Sp... Du! Was ist denn das für dich hier? Oh... Pfff... Kommt überhaupt nicht klar, der Kerl! Der muss hier hintergehen, um zu sputen! Der Vorteil ist nämlich... Du siehst nur den hier! Was wird dich los? Nur den! Also ich wollte den eigentlich in Sicherheit bringen... Aber wenn ihr schon wieder so anfängt, dann... Dann... Dann warst du wohl der Herr mit Sicherheit! Hm... 74%! Ich fühl mich grad schon ein bisschen sicher da! Muss ich ja sagen! Aber ich kann es natürlich auch... Ja komm! 74%! Ja... Hat nicht ausgereicht! Super! Dann... Mach du mal dir alles bitte! Ja... Du noch nicht! Du gehst mal hier hinten hin! Mit dem Sport! Ja... Das ist... Super! Und du gehst mal hier hinten hin! Obst du das mal weg! Ei! Wer habe Schuss in diesen Bereich! Uff! Nachteil ist... Der ist ein bisschen vergiftet! Kann jederzeit wieder kommen! Oh! Sehr schön! Nimmst du die Spezialfähigkeit! Finde ich cool! Ja! Geh auch mal da hin! Achtet auf die Pflanzen! Achtet auf die Pflanzen! Die Rücken vor! Flankieren meine Position! Wer flankiert wen? Finde ich auf die Pflanzen! Und dann? Ja! Finde ich auf die Pflanzen! Ja... Warte! 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 Und... hier werden wir mal gleich... ein bisschen auspassen! 29 Prozent… Öffn... Feldposten würd ich behaupten. Du wirst immer noch niedergehalten, war ja so. Ja, es ist... Übel, ich weiß. Aber wir können ihn auch ein bisschen so ärgern, vor allem weil wir seine Deckung wegknallen mit. So, und vielleicht kriegen wir auch noch ein bisschen Schaden an dem Rall. Ich will auch fangen mal an. Ach, das war dir mir egal. Das ist super. Wir müssen aufpassen, wenn wir hier in die Position gehen. Du gehst mal in Feldpost nur. Oh, ja, du, denn volle Deckung, bitteschön. Du bist immer noch vergiftet. Passt auf, hier sind immer noch Sin-Man. Auch wenn es schon reizt ein bisschen. Du machst mal Nachladen. 25 Prozent. Probier's für dich jetzt mal kurz. Wenigstens die Deckung zerstört. Ja, komm. 14 Prozent ist echt nicht viel. Bis dahin brauchen wir eine Weile. Natürlich Spezialfähigkeiten nutzen, aber wenn wir auch hier rangehen, aber ich denke, ich sind mehr in Sinter. Und darauf habe ich überhaupt keinen Bock. Aber ich würde gerne probieren, was. Und zwar den zu heilen hier drüben. Aber ich würde dann... ...den Feuerschutz kommen. Aber du kannst jetzt so sehen, wie da durch die Deckung zerstört wurde. Negativschaden, kann ich angreifen. Na gut, mach mal Feldposten. Kannst noch mal schießen? Negativschaden, kann ich angreifen? Erledigt. 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 So, du spurtest mal hier hin, zack. Und vielleicht hier hin. Wenn nicht, können wir wieder zurücklatschen. Okay, da sind sie Simmons. 96%, aber 0% Crit-Wahrscheinlichkeit. Erstmal Feldposten. So, und du kommst jetzt hier hin. Und nicht nachladen, Feldposten. Ich hoffe auf meine Deckung da drüben. Ah, fuck. Das ist ja herrlich, dass er fast alle erledigt. Oder, ja, Kaliber. Und das ist ja herrlich, dass er fast alle erledigt. Aber das ist so. 96%, 0% Kritisch. Wir können danach noch laufen. Okay, da ist nur noch der Treiber übrig. Den können wir vielleicht mal probieren, noch anzuknallen. Drei Trefferpunkte, sehr schön. Ich hab hier keine Kugeln mehr. Ich hab hier keine Kugeln mehr. Nachladen. Nachgeladen. Feldposten. Das finde ich ja geil. Da kommst du ja richtig nah dran. Da kommst du ja richtig nah dran. Ich kann mal kurz drehen. Ah, zack. Das wäre doch kein Sput. Und ich glaube der ist hier hinten. Ah, das ist ein Simmel. Gott, war du knapp. Gut. Jetzt drehen. Drehen. Ne, der war schon besser so. Eieiei. Wieso siehst du niemand? Verdammt. Wo ist mein Sturmsoldat? Wo ist mein Sturmsoldat? Wenn man mal stürmen muss unbedingt. Bring sie zur Strecke. Ich hoffe so sehr, dass es was bringt. So. Dich nicht. 70%. Komm. Komm die müssen wir doch platt machen. Die müssen wir doch irgendwie platt machen. Die müssen wir doch irgendwie platt machen. Wie können wir die noch sehen? Oben können wir ihn leider nicht sehen. Oben können wir ihn leider nicht sehen. Aber ob wir das schaffen. Aber ob wir das schaffen. Ob wir das jetzt wirklich schaffen, ihn zu betäuben. Werdet gleich erfahren. Je nachdem, ob der Part jetzt da lang ist. Oder nicht. Bis gleich. Ja der Part ist zum Glück noch nicht zu lang. Deswegen könnt ihr es noch sehen. Wir versuchen den zu betäuben. 70%. Komm bitte. Verstanden. Versore Ziel ist der Fall. Ziel lahmgelegt. Ich hab trocken geballert. Gott, catch'em all. So. Feldposten. So. Okay. Jetzt heißt es erstmal ordentlich positionieren wieder. Nachteil könnte sein, dass bald dieses Energiewesen in der Nähe ist. Deswegen schicke ich dich mal hier hoch. Und ich würde am liebsten die Scharfschützen hier in diese Position checken. Deswegen doch vielleicht noch mal kurz hier hinten hin. Kurzen Rückzug. Oder. Strategische. Wie. Wie. Wie werden bloß strategisch. Uns positionieren. Umpositionieren. Wir gehen nie in den Rückzug ein. Wir positionieren uns bloß strategisch um. So kurz mal hier hinten hingehen. Du machst mal einen Feldposten. Gut. Es ist schlafly. Vanavie trifft wir noch mal so aus. W propraudience des Gebrauchs zu holen. Boah�! iento Zeig! Hört ihr das?